Hände weg von der Rente mit 63. Bundesregierung riskiert Volksaufstand. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich sage es ganz drastisch, liebe Bundesregierung, liebe Arbeitgeber, liebe Erzkonservative und liebe Neoliberale in dieser Gesellschaft, lasst die Hände von der Rente mit 63. Es droht ansonsten ein Aufstand ziviler Ungehorsam, ähnlich wie in der Corona-Phase, ähnlich wie bei den Rentnerinnen und Rentnern, die hier von der Energiepreispauschale im zweiten Entlastungspaket ausgeschlossen worden sind. Meine Damen und Herren, Schuld an der gesamten Situation mit der gesetzlichen Rente hat die Bundesregierung und zwar nicht nur die laufende Bundesregierung, sondern viele Bundesregierungen vor dieser Bundesregierung. Es ist seit Jahrzehnten bekannt, dass wir eine Altersdemografie haben. Es ist seit Jahrzehnten bekannt, dass es Riesenprobleme mit der Finanzierung der gesetzlichen Rente geben wird. Es ist seit Jahrzehnten bekannt, dass irgendwann mal der Punkt kommt, wo wir weniger Beitragszahler und dafür mehr Rentenbezieher haben. All das ist bekannt. Und wem nützt es was, wenn Sie die Axt an die Rente mit 63 legen? Niemanden. Es wird das Problem nicht lösen. Was wir brauchen in Deutschland ist eine allumfassende Rentenreform. Die Einführung einer gesetzlichen erwerbstätigen Versicherung in der gesetzlichen Rente und auch gleichzeitig in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und wen wundert es? Die kryptischen Äußerungen des Bundeskanzler Scholz haben dazu geführt, dass wir jetzt eine Diskussion zur Rente mit 63 haben. Also die Sinnhaftigkeit dieser Diskussion kann man doch schon mal hinterfragen. Was steht denn eigentlich dahinter? Warum kommen denn jetzt auf einmal die Sprachrohre des Großkapitals wie Herr Raffelhüchchen aus ihren Startlöchern und verlangen, so sagt er es, die sofortige Abschaffung der Rente mit 63? Das ist der schleichende Einstieg in den Ausstieg der Rente mit 63. Großartig vorbereitet von unserem Bundeskanzler Scholz, der letzten Endes zwar jetzt noch dementieren lässt, aber in Wirklichkeit geht es doch darum, hier die Axt anzulegen und die Rente mit 63 tatsächlich abzuschaffen. Aber ich glaube, dass das ein Irrweg ist. Es löst die Probleme der Finanzierbarkeit der gesetzlichen Rentenversicherung in keinstem Falle. Hubertus Heil hat selbst vor kurzem gesagt, dass die dunklen Wolken ab 2025 über der gesetzlichen Rente stehen und wir vor großen Herausforderungen stehen. Und glaubt denn wirklich einer im Ernst, wenn wir 15, 20 oder 50.000 mehr Neurentner haben, dass wir dann das Problem damit lösen, dass wir das tatsächliche Renteneinstiegsalter von 63 auf 64 erhöhen. Das ist lächerlich. Wir brauchen einfach mehr Beitragszahler in der gesetzlichen Rente. Und deshalb müssen wir eine vollumfassende erwerbstätige Versicherung in der gesetzlichen Rente einführen. Dafür stehe ich im Übrigen auch. Letzten Endes ist es so, liebe Rentnerinnen und Rentner, liebe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, liebe Gewerkschaften, ihr seid alle mit im Boot. Die wollen an eure wohlerdienten Rechte ran. Also, wehrt euch dagegen. Ich werde definitiv zu diesem Thema weiter informieren und ich werde auch letzten Endes für einen solchen Protest, wenn er denn da notwendig ist, auch zur Verfügung stehen und hier die entsprechenden Informationen geben. An alle Politikerinnen und Politiker in Berlin, lasst die Hände von der Rente mit 63 und lasst euch endlich mal was Richtiges einfallen, damit die gesetzliche Rente wirklich zukunftsfest gemacht wird und damit wir endlich in ruhige Fahrwasser kommen. Eine solche Diskussion vor Weihnachten ist einfach nur eine ganz miese Nummer. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Mcc dies. Pse Eiffel M-E-Il M-E-I-I M-E-I M-INK M-E-I